Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben eine Runde Among Us aufgenommen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn sie euch gefällt, lasst ein Like, ein Abo da. Ich würde mich sehr unterstützen, wenn euch insgesamt meine Videos gefallen. Schickt gerne die Links in der Videobeschreibung ab. Ja, und dann würde ich sagen, nach dem Intro starten wir sofort rein in die Runde. So, das ist unsere erste Runde als Imposter hier wieder. So, das ist unsere erste Runde. So, die Runde. So, wir können... So, wie viele Kilometer sind. So, ich höre. Okay. 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 Oh nein, Lennart. 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 Wo lag er? Sie ist? In Storch. Storch. Hast du gerade hingelaufen? Nee, ich bin gerade in Navigation. Können wir jetzt bitte mal aussprechen lassen? Entschuldigung. Also ich war gerade in Electric, weil ich das Licht fixen wollte. Da war Kajuka schon da, hat's gemacht. Dann bin ich ruhig nach rechts, weil ich in Storch meine Tasche habe und da lag mitten im Weg ein Leonard. Darf ich was sagen? Und zwar Lennart war die ganze Zeit im Admin-Panel gewesen, da war ich mit ihm im Admin gewesen. BestCat war auch dort gewesen. Der kann das wahrscheinlich bestätigen. Ja. Dann bin ich runter zu Shields gelaufen, hoch zu Navigation und da habe ich nur noch Cat gesehen und Flo habe ich in Electric vorher noch gesehen gehabt. Yes. Ich war vorher auch in Admin, habe da gesehen, wo da unten jemand war und weil mir das ein bisschen komisch vorkam, dachte ich, okay, ich gucke noch mal rein. Vorher waren da zwei Köpfe, vielleicht liegt da eine Leiche, vielleicht auch nicht. Bin zu dir hingegangen, habe gesehen, da ist nichts. Dann habe ich gesehen, dass bei Loka bei Coms an der Tür rechts stand. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Task ist. Dann bin ich zurück und dann, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was aussieht. Darf ich ganz kurz was sagen? Also, ich habe Schinks in Electrical Venden sehen. Lass Flo random voten. Nein. Ich habe eigentlich, wie ich es immer mache, ich laufe immer nach rechts und mache meine ganzen Tasks, die mir in die Finger bekommen. Und ich war jetzt als letztes noch bei Simon Sass, da habe ich dann Blackstar noch gesehen, die ist dann auch da hingegangen und bin dann auch nach rechts unten gelaufen, weil ich dann noch eine Quest hatte. Aber ich habe keine Leiche gesehen. Skip oder vote? Das wollte ich nur anmerken. Skip. Wir haben ja niemanden. Also, ich habe nur noch eine Task, macht eure Task fertig und dann sind wir fertig. Scheiße, wir kriegen da aber einfach an. Kaum noch Zeit, die Leute umzubringen. 1,2cm 2,3cm 1,3cm 1,3cm 1,4cm 2,3cm 2,3cm 1,4cm 1,4cm 2,4cm 2,5cm 2,5cm 2,4cm Ja, das wird mir besser sein. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Ich habe den Kopf geschehen, aber ich habe den Kopf geschehen. Ich habe gerade Lime Green wenden sehen Wen? Lime Green ist gewendet und er hat Weizenbeer umgebracht Ach du meinst Ich dachte mir so, wer heißt denn so Aber ich bin so dumm Kajuka, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warum soll ich jetzt den umgebracht haben? Ich war gar nicht Meine ganz dumme Frage mit dem Vend, wo ist das überhaupt? Noch was, Flo, du kannst Wahrscheinlich sagen, ich habe MadBaseCan gemacht Man sieht die Tasks ja nicht, aber du warst relativ lange bei mir Ja, beim MadBaseCan kann man sehen Dass man genau auf der Mitte ist Ich möchte, dass sich Kajuka jetzt mal erklärt, bitte Ich bin, ich war bei Reaktor, ja, aber da Es lag noch keine Reaktor Nicht sehr überzeugend Oh, ein schnuckliger Weizenbier Also hast du ihn weggenutzt und bist du in den Wind? Kajuka, ich habe eine wichtige Frage Ja Eistee Pfirsich oder Zitrone? Ich trinke gar keinen Eistee Und raus mit dem Aber Moment mal, Cat, wo war die Leiche jetzt? Die Leiche war direkt in diesem Kreuz zwischen dem Reaktor, Cans, Upper and Lower Engine Okay, und da ist dann Kajuka gewendet Ich kann sogar hinhauen, weil der ist nämlich da an mir vorbeigelaufen und dann in die Richtung gegangen Okay, das reicht mir als Proof Jetzt habe ich mal eine Frage Schinx, hattest du Angst vor mir? Ich habe dich die ganze Zeit schon verdächtigt Schinx hat es auch vor mir vorhin weggerannt Ich bin halt schon fertig mit den Tasten Wie hast du mich gegangen? Wie hast du dich gegangen? Ach ja, T-S-H-D übrigens ist das Hä? Ruhe! 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 Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wer mich gerade verraten hat. Junge Dailo gab es sogar. Oh Gott macht das Klappen. Ja. Ich habe Black Sun gefunden, rechts bei Weapons. Okay, das kann nicht lange her sein. Ich bin vor fünf bis zehn Sekunden dann mal vorbeigelaufen. Hier, also ich bin hier sogar vor ihr weggelaufen. Also ich bin auch die ganze Zeit vor Black Sun weggelaufen, weil ich irgendwie im Verdacht hatte, sie wär's gewesen. Aber jetzt kann ich's ausschließen. Wer hat mich vorhin gesasst? Äh, Kat. Kat hat dich vorhin gesasst. Okay, warum? Weil du so komisch auf dem Pad drauf standest. Und ich war mir nicht ganz sicher. Ich hab's jetzt nicht direkt gesehen, aber du standest nicht direkt auf dem Pad drauf. Und normalerweise bist du durch die Animation direkt auf die Mitte von diesem Pad gezogen. Manchmal ist es auch verbuggt. Also ich hab schon Leute gesehen, die da nicht in der Mitte standen und trotzdem gescannt wurden. Und der Ping ist noch hoch. Okay, gut. Ja, also da wird schon mal was durch. Das stimmt schon. Also irgendjemand ist mir... Ich bin gerade auf dem Weg dahin, bin in Weapons gerade und irgendjemand ist mir gerade entgegengekommen. Aber ich hab nicht drauf geachtet, weil ich einfach ein blödes Stück Scheiße bin. Ich weiß, ich hab das wieder reingefüllt. Okay, ähm, wir haben eigentlich keinen Hauptverdächtigen. Der einzige, der in der Nähe war ganz nah, war halt an Baskett vor fünf bis zehn Sekunden. Und du? Und Kat. Und ich hab halt die Leiche gefunden. Ich bin aber mit meinem Task schon fertig, Freunde. Ihr müsst einfach nur die Tasks fertig haben. Ich hab noch eine Task, dann bin ich durch. Ja. Das wär jetzt meine nächste Frage. Wie viele Tasks habt ihr noch? Keine. Keine. Hey, Luca? Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. TSHD? Ich hab auch keine. Also ich hab keine, wenn ich's mache. Kat? Ich hab jetzt glaube ich noch eine. Oh, TS. Was hast du gerade gesagt? Du hast gar keine Tasks? Was? Tasks? Leute, ihr macht einfach eure Tasks fertig, dann wir haben's gleich. Also sorry. Fall auf mit mir. Ich geh mit deiner Luca mit. Servus. Ja. Hallo. So, Tim. Für heute kannst du dich nicht mehr anmelden, aber dann für nächstes Mal einfach dann. Oh, pssch. Sorry. Hi, na, wie geht's euch allen? Seid ihr okay? Geht's euch gut? Ja. GG. Kayuka, du tötest eine Person. Und lässt dich erwischen. Gott, wie du so hoch hast, in die Bredouille gebracht, Mann. Ich lauf auch noch mit dir mit. Vor allem, weil keiner gesehen hat, wie ihr beide in den Vent reingesprungen seid. What? Und er hat sich noch verredet, dass er ein Reaktor war bei der Leiche und es hat niemand gesagt, wo die Leiche war. Ja. Ich bin einfach ganz leise geblieben, weil ich bin halt direkt vor Kayuka gewendet. Ich hab so Glück gehabt, dass Cat mich nicht erwischt hat. Fang schon mal an, ich geh aufs Türchen. Ich bin in der Grunde, ohne dass ich Imposter bin. So, das war's mit dieser wunderschönen Folge. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Guckt euch unbedingt noch andere Videos an. Vielleicht gefallen sie ja euch. Und wenn euch die Videos von mir insgesamt gefallen, dann lasst auch gerne ein Abo da. Würde mich enorm unterstützen, mir sehr weiterhelfen und mich sehr motivieren. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Da sind alle, die mitspielen verlinkt. Hoffe ich zumindest. Und ja, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ist auch der Link in der Videobeschreibung. Und ja, damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Among Us.